Kannst du in deinem Team Fehler offen zugeben, ohne Angst zu haben? Kannst du dich auf Zusagen deiner Teammitglieder zu 100% verlassen? Kennst du die Ziele deines Teams und arbeitet ihr alle auf das gleiche Ziel hin? Wenn du auf eine dieser Fragen mit Nein geantwortet hast, arbeitest du möglicherweise in einem zumindest teilweise dysfunktionalen Team. Woran du dies erkennst und was ihr tun könnt, das erfährst du in diesem Video. Hallo, ich bin Axel Rittershaus, dein Führungskräfte-Coach hier auf YouTube. Die fünf Dysfunktionen eines Teams, die ich hier beschreibe, basieren auf einem Buch von Patrick Lencioni. Einher damit geht ein Test für dein Team und diesen Test habe ich für dich in der Beschreibung verlinkt. Dysfunktion Nummer 1 – Kein Gesamtziel Wenn in einem Team die Eigeninteresse primär verfolgt werden, wenn der Fokus auf sich selbst, auf die eigenen Ziele gelegt werden, dann ist das relativ logisch, dass in dem Team nicht gemeinsam auf das gleiche Ziel hingearbeitet wird. Denn wenn wir dann ab und zu mal, und das passiert ja, entscheiden müssen, legen wir unseren Fokus darauf, unser eigenes Ziel, das hoffentlich schon zum Gesamtziel beiträgt, aber uns darauf zu konzentrieren, oder gibt es vielleicht andere Dinge, die wir zusätzlich tun könnten oder sollten, damit das Gesamtziel erreicht wird, dann werden wir in einem dysfunktionalen Team auf unser Ziel primär den Fokus legen. Und im Zweifelsfall auch sagen, also an mir lag es ja nicht, dass wir es nicht erreicht haben, die anderen haben das alles nicht geschafft. In Wirklichkeit hätten wir helfen können, das Gesamtziel zu erreichen, aber unser Fokus war nur darauf gelegt, uns selbst dann auch positiv darstellen zu können. Und ich kenne Teams, in denen das so ist, sogar sehr, sehr hoch angesehene, nicht angesehene, die angesehen sind diese Teams nicht, sogar aber sehr, sehr hoch in der Hierarchie angesiedelte Führungsteams, bei denen teilweise so agiert wird, mit fatalen Ergebnissen. Zum Teil ist dieses Problem der Dysfunktion, das eben nicht auf ein Gesamtziel hingearbeitet wird, auch daraus resultierend, weil gar nicht klar ist, was denn das Ziel für das Team sein soll. Dysfunktion Nummer zwei, fehlende Verlässlichkeit oder fehlende Accountability. Im Deutschen finde ich es schwierig, den Begriff Accountability aus dem Englischen wirklich eins zu eins gut zu übersetzen. Der Begriff Accountability beschreibt es ganz gut. Wir können uns das so vorstellen, wir halten beispielsweise Zusagen nicht ein und sind dadurch dann unzuverlässlich. Und in den dysfunktionalen Teamen kann es durchaus sein, dass Zusagen gemacht werden und so halbwegs gemacht werden, aber einfach nicht eingehalten werden und nichts passiert. Fehlende Verlässlichkeit, fehlende Accountability sehen wir auch darin, dass wir immer mehr niedrigere Standards akzeptieren. Dass wir immer mehr damit zufrieden sind, wenn überhaupt was gemacht wird oder wenn man wirklich das absolute Minimum erreicht, was für manche Menschen ausreichend ist, zumindest haben sie sich damit arrangiert, für viele Menschen aber eher langfristig sehr demotivierend ist, wenn man quasi sich immer nur am absoluten Minimum weiterentwickelt. Denn wenn das so ist, wenn Zusagen nicht eingehalten werden, wenn wir uns an niedrigen Standards orientieren und die akzeptieren, wenn wir permanent Kompromisse eingehen, dann führt das auch dazu, dass wir immer mehr resignieren. Und wenn dann mal was schief geht, wenn sich dann die Wirtschaft verändert, wenn die Anforderungen an unsere Produkte oder Dienstleistungen sich verändern und wir sind nur auf dem absoluten Minimum unterwegs, dann haben wir natürlich ein Megaproblem. Deswegen ist so eine fehlende Verlässlichkeit, fehlende Accountability eben die zweite Dysfunktion von Teams, wo wir eben darauf achten müssen, dass wir wirklich uns an unsere Zusagen halten und, und das steckt eben im englischen Begriff Accountability auch mit drin, dass wir andere auch accountable halten. Sprich, wenn du mir eine Zusage machst, dass ich auch auf dich zugehe und sage, Mensch, du hast mir doch gesagt, du lieferst es bis heute 15 Uhr, jetzt ist es 16 Uhr, wo ist es? Nicht, um dich an die Mauer zu stellen, da kommen wir später noch dazu, also nicht zum an die Mauer stellen, sondern zum das Nicht-Tun, aber es geht darum, dich auch dafür verantwortlich zu halten, wenn du eine Zusage gemacht hast. Es kann ja immer passieren, dass wir etwas später liefern. Dann bedeutet das aber, das ist auch Verlässlichkeit und Accountability, dass ich so früh wie möglich, wenn ich das erkenne, auch andere darüber informiere. Du kannst mich übrigens informieren, ob dir das Video gefällt, indem du jetzt auf den Daumen nach oben drückst. Damit kommen wir zu Dysfunktion Nummer 3. 3. Keine Übernahme von Verantwortung. Fehlendes Commitment. Auch hier ist der englischsprachige Begriff Commitment für mich noch besser. Es geht nämlich nicht nur um Verantwortung. Aber was ist das Problem in dieser Dysfunktion? Beispielsweise werden unklare Entscheidungen getroffen, womit dann auch unklar ist, wer ist wofür verantwortlich. Wer soll etwas tun? Vielleicht kennst du die schöne, fürchterliche Aussage am Ende eines Meetings, dass gesagt wird, so, jeder weiß ja jetzt, was zu tun ist. Ja, das schon. Jeder für sich selbst. Und im Zweifelsfall sagt jeder, naja, die anderen müssen erstmal und dann schaue ich. Das ist fehlendes Commitment. Fehlendes Commitment bedeutet, ich akzeptiere, dass Entscheidungen nicht klar getroffen werden, dass nicht klar auch dokumentiert wird, wer hat sich wozu committed, also die Verantwortung übernommen, etwas zu tun und eine Zusage gemacht, es zu tun. Die Dysfunktion zeigt sich auch daran, dass einfach gar keine Entscheidungen getroffen werden oder, und ich glaube, also ich vermute, das passiert bei dir im Umfeld auch immer mal wieder, dass ständig erneut genau das Gleiche wieder diskutiert wird. Das bringt doch die Leute in den Wahnsinn. Schreib mal ganz kurz unten rein in die Kommentare, ob du das schon mal erlebt hast. Schon mal erlebt, kannst du unten reinschreiben, dass zumindest permanent darüber diskutiert wird, wenn du noch mehr Details von dir geben willst, dann freue ich mich sehr über deinen Kommentar. Aber ich höre sehr oft auch aus Unternehmen, dass das ein massives Problem ist. Und was ist das Problem? Warum führt es zu einer Dysfunktionalität, wenn wir immer wieder über das Gleiche diskutieren? Weil es halt frustriert. Weil diejenigen, die weitermachen wollen, die sich committen zu Zielen, zu Entscheidungen, zu Dingen, die eben jetzt anzugehen sind, weil die dann permanent wieder ausgebremst werden und weil die dann irgendwann sagen, weißt du was, hier kommen wir wieder zum Thema Resignation, weißt du was, warum soll ich mich jetzt hier reinhängen, wenn in zwei Wochen wahrscheinlich wieder darüber diskutiert wird und dann wird ein Schritt zurück gemacht und dann ist alles, was ich getan habe, für den Mülleimer. Das will doch keiner machen. Und was zum fehlenden Commitment auch noch dazugehört, ist, dass wir, wenn Commitment nicht da ist oder wenn es missbraucht wird vielleicht sogar, um anderen dann etwas zuzuschieben, was die gar nicht zugesagt haben, ist dann auch wichtig, um es zu vermeiden, dass diese Dysfunktion eintritt, dass wir eben andere auch zur Rechenschaft ziehen, dass wir eben auch sagen, und das ist die Kombination zwischen Commitment und Accountability, dass wir auch sagen, du hast folgende Zusage gemacht, wo ist es, wann machst du das? Und wie gesagt, es geht nicht darum, Leute an die Wand zu stellen und dafür irgendwie ihnen anzukreiden, was sie falsch gemacht haben, sondern es geht darum, dass wir uns aufeinander verlassen müssen und dass wir Zusagen machen und einhalten und wenn wir sie nicht einhalten können, dann rechtzeitig Bescheid geben und mit demjenigen, der vielleicht auf unser Arbeitsergebnis gewartet hat, zu irgendeiner Lösung dann kommen, damit derjenige auch weitermachen kann. Wie Führungskräfte, wie du als Führungskraft auch verhindern kannst, dass dein Team zu einem dysfunktionalen Team wird, nun, das behandeln wir in unserem einzigartigen Bootcamp für Führungskräfte. Ich habe es hier für dich verlinkt. Dysfunktion Nummer 4. Angst vor Konflikten. Ich habe schon einige Videos und auch Artikel zu dem Thema Harmoniesucht hier veröffentlicht. Schau dir vor allem mal das Video an zum Thema Harmoniesucht von Führungskräften. Aber schaut das Video hier jetzt erstmal zu Ende. Die Dysfunktion 4. Angst vor Konflikten ist, ich sehe das leider in so viel Organisationen. Auf der einen Seite ist es ja schön, wenn wir in Harmonie miteinander arbeiten wollen und wenn wir einen Fokus darauf legen, harmonisch miteinander zusammenarbeiten. Absolut in Ordnung. Wir wollen keine Diktatur, wir wollen keine Ansage, die uns dann irgendwie permanent rechts und links eine um die Ohren hauen, wenn wir mal einen kleinen Fehler machen. Aber das Problem ist, dass dadurch eine künstliche Harmonie geschaffen wird, wenn wir Angst vor Konflikten haben. Es wird geschwiegen, obwohl Probleme da sind. Es wird unter 5 Leuten in einem Meeting geschwiegen, obwohl jeder weiß, dass das Problem existiert. Es ist dieser Elefant im Raum, der permanent akzeptiert wird. Und das ist ein mega, mega Frustfaktor. Natürlich mag keiner in einen Konflikt reingehen. Es geht ja gar nicht darum, Konflikte zu mögen. Aber eine Angst vor Konflikten sorgt dafür, dass wir Themen dann nicht ansprechen, wenn sie angesprochen werden müssen. Und oft baut sich das Zeug dann aufeinander auf und dann wird alles immer nur schlimmer. Das heißt, wenn du in deinem Team merkst, dass hier Angst vor Konflikten herrscht, dann muss das angesprochen werden. Und dann braucht ihr vielleicht auch mal eine externe Unterstützung, eine externe Moderation, um bestimmte Themen, diese Elefanten im Raum, einfach mal anzugehen. Und wenn ihr das getan habt, wird ihr die meistens merken, dass es gar nicht so schlimm war, darüber zu reden. Und dann ist es aber auch so wichtig, zu sagen, wie gehen wir in Zukunft damit um? Haben wir, legen wir uns vielleicht ein bestimmtes Meeting-Format dann zu, damit wir regelmäßig auch über Konfliktherde sprechen, damit es irgendwie auch ein sicherer Raum ist. Oder ihr macht es vielleicht auch eine gewisse Zeit lang immer wieder mit externer Unterstützung oder vielleicht einem Coach, wenn ihr Coaches bei euch im HR-Umfeld habt, um dafür zu sorgen, dass ihr über die knackigen Themen auch wirklich sprecht. und im Zweifelsfall, daher externe Moderation, auch jemand da ist, der dann bei persönlich werdenden Konflikten eingreift. Denn das ist das, wovor dann meistens Angst gehabt wird und deswegen werden Konflikte nicht angesprochen, weil man denkt, es wird dann persönlich und keiner möchte persönliche Konflikte haben. Aber manchmal müssen wir Themen ansprechen und mit Moderationsunterstützung können wir dann verhindern, dass es auch persönlich tatsächlich wird. Und damit kommen wir zur fünften Dysfunktion. Und das ist die wichtigste und die schlimmste von allen. Fehlendes Vertrauen. Wenn wir uns gegenseitig nicht vertrauen, was passiert dann? Also dir wird es sicherlich klar sein, wenn du in deinem Team anderen nicht vertraust, was passiert? Zum einen sorgst du als erstes mal dafür, dass du nicht angegriffen werden kannst. Selbstschutz geht dann vor. Selbstschutz bedeutet aber auch, es kostet Zeit und Energie und das ist Zeit und Energie, die wir nicht in das inhaltliche Arbeiten stecken können, sondern wir müssen uns beschützen und da geht das eben drauf. Was auch passiert bei mangelndem Vertrauen, ist ganz logisch, dass wir den anderen nicht glauben. Das heißt, wir machen dann vielleicht auch schon mal Plan B und C, weil wir glauben ja nicht, dass der andere das tut, was er uns beispielsweise zugesagt hat. Was auch passiert ist, dass wir Fehler verheimlichen, weil wir auch, wenn Angst vor Konflikten auch noch existiert, und stark ausgeprägt ist in dem Team, dann haben wir Angst davor, dass Fehler angesprochen werden. Und weil wir anderen nicht vertrauen, verheimlichen wir, vertuschen wir Fehler oder in der schlimmsten Ausprägung dieser Dysfunktionalität schieben wir die Fehler auch noch anderen zu. Und daraus entsteht dann ein toxisches Umfeld, in dem nahezu niemand arbeiten will. Es werden auch Sorgen und Bedenken nicht ausgesprochen, weil man Angst davor hat, wenn ich jetzt beispielsweise eine Sorge, die ich habe, vielleicht auch etwas, womit ich keine Erfahrung habe und Angst davor habe, Fehler zu machen, das spreche ich aber nicht an. Ich mache es dann vielleicht trotzdem oder ich mache es halt nicht. Und dann sieht es so aus, wie wenn ich nicht zuverlässig bin. In Wirklichkeit habe ich keine Ahnung, wie ich was tun soll. Weil ich aber kein Vertrauen in das Team oder die Führungskraft habe und Angst habe, dass mir jemand das Messer in den Rücken rammt, wenn ich sage, ich habe keine Erfahrung damit, dann sage ich es halt nicht. Und daraus entstehen dann auch sehr, sehr negative, toxische Verhaltensweisen innerhalb eines Teams. Und drum ist es, wenn wir uns Teams anschauen und sicherstellen wollen, dass die wirklich funktionieren, der erste Schritt immer drauf zu schauen, wie sieht denn das Vertrauensverhältnis aus? Und das nächste ist dann immer drauf zu achten, wie wird mit Konflikten umgegangen? Denn wenn wir uns vertrauen und wenn wir mit Konflikten gut umgehen können, dann ist zwar Accountability und Commitment immer noch auch ein schwieriges Thema, aber wir haben eine Grundlage, um offen darüber zu reden. Deswegen sind diese zwei Faktoren auch so unglaublich wichtig. Wenn du mehr Führungstipps von mir erfahren möchtest, dann abonniere doch bitte den Kanal, gib diesem Video einen Daumen nach oben und schau dir das Video an, das ich für dich rausgesucht habe. Und denk immer dran, Glück ist ein Talent. Das ist ein Talent. Das ist ein Talent. Das ist ein Talent. Das ist ein Talent.